Ja, moin liebe Dobergang, was geht ab? Wie ihr hört, heute den Kran von den Kran, sag ich schon, ja, den Haaren von unseren Nachbarn, ja, und ich bin mal wieder hier draußen im Ruf, ja, wie man es sehen kann. Ja, und ja, ich wollte mal ein bisschen was zum Gewinnspiel sagen, das heißt, bleibt dran, nach dem Intro. Da wären wir dann auch, ja, und ich muss euch sagen, Leute, heute ist extrem warm, ja, und deswegen bin ich jetzt auch wieder draußen, und stört euch mal nicht an den ganzen Nebengeräuschen, ja, so ist das halt. Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet, wollte erst mal Danke sagen, ja, für das, für die ganzen Abos, für das Gewinnspielen, dass so viele Leute mittlerweile da mitmachen, ja, ist mega geil, also immer schön weiter Daumen raushauen, liken, ja, abonnieren, Leute, verteilen, und so, jetzt kommen wir da, so, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, ja, lasst mich mal wissen in den Kommentaren, was ihr davon haltet, ja. Ist ein E5, 3330er, ist auch ein Sockel, 11,55, ja, und da müssen wir mal schauen. So, jetzt kommt zu den anderen Nachrichten. Wir haben hier, ich habe mir was überlegt, wir haben hier eine Kingbox, ja, eine Android-Box, und, ja, da wird der PC sozusagen zum Smart-TV, ja, die könnten wir im Endeffekt auch raushauen, wenn ihr das wollt. Ähm, wie gesagt, die hat HDMI, die hat hier alles, ja, Android-Betriebssystem läuft drauf, äh, 7.1 müsste es sein, und dann haben wir hier noch verschiedene andere Sachen, ja, die habe ich hier noch. Wir haben hier ein Spiel, Block Bowl, und das ist wie ein PC, das könnte ich eventuell dazugeben zu dem PC, wo der aktuell läuft, also quasi zum Gewinnspiel, und dann haben wir verschiedene andere Sachen. Wir haben hier Final Fantasy X2, ja, HD Remastered, dann haben wir hier noch Devil Mac Cry, Playstation 3 Spiel, Call of Duty, dann haben wir hier noch eins, Injustice, ja, also ich habe hier noch ein bisschen was rumliegen, dann nochmal Call of Duty Ghost, dann haben wir hier noch eine schöne Box, ich zeig's euch mal, ja, das ist so eine Stealth Box, ja, da ist auch Call of Duty drin, so, dann haben wir noch hier, Call of Duty Modern Warfare, dann haben wir hier noch Plur, Mad Night Club, das ist ganz wichtig, ja, aber dazu habe ich keine Passer mehr, ja, und dann haben wir noch das hier, ein schönes Rollenspiel, ja, also, ihr könnt es mich ja mal wissen lassen, ob ihr da dran eventuell Lust hättet, ja, die ganzen Sachen, dass ich die extra noch raushaue, oder vielleicht sogar irgendwie, äh, ein anderes Gewinnspiel dazu starte, oder sowas in der Art, ja, wenn ich eventuell wieder PC-Teile am Start habe, für den anderen E5, wo eventuell funktioniert, ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen, ja, demnächst wird ein Video rauskommen, wo ich euch ein bisschen zeige, wie der PC performt, ja, den ich hier verlose, was der alles so kann, welche Spiele da so drauf laufen, mit welchen FPS und so weiter und so fort, ja, und, ähm, ja, das kommt antrennächst auch alles, ja, und noch ein paar andere Videos, deswegen würde ich sagen, bleibt dabei, ja, schön liken, schön teilen, ja, also, 361 Abos sind es jetzt mittlerweile, echt geil, und, ähm, deswegen sage ich jetzt mal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis dann, ciao. Ciao.